Tesla Welt wird präsentiert von Shop4Tesla. Nachhaltiges Zubehör für euer Fahrzeug. Wie zum Beispiel die To Be Fair Gummimatten, die Schutzblenden, Jackpads, Performance-Pedale, den DC-Schutz oder auch die Organizer-Box. 10% Rabatt bekommt ihr mit dem Code TeslaWelt. Link gibt es unten in der Beschreibung. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla Welt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir besprechen wie immer die Tesla News, die aktuellen Tesla News. Wir haben ganz unterschiedliche News dieses Mal. Es geht zum einen um ein mögliches neues Referral-Programm bei Tesla. Dann sprechen wir selbstverständlich über das Model Y und zwar in einer neuen Farbe. Das wurde hier zum ersten Mal in Berlin gesichtet. Dann sprechen wir noch über einen weiteren Award, das das Model Y in puncto Sicherheit bekommen hat. Und es gibt noch ein paar andere Themen. Kommen wir mal zu Neuigkeiten rund um das Thema Referrals. Ja, um was geht es? Es ist das Kundenwerben-Kunden-Programm bei Tesla. Und der ein oder andere kann sich sicherlich noch an alte Referral-Programme bei Tesla erinnern. Tesla hat früher für das Werben von Kunden einen Code ausgegeben und wurde dann bei Kauf eines Teslas dieser Code verwendet. Dann hat der existierende Kunde dafür irgendwelche Vergütungen bekommen. Das waren ursprünglich mal richtig interessante Sachen, wie zum Beispiel die Tesla Wallbox oder auch Powerwalls oder sogar Fahrzeuge oder Felgen. Das war noch ganz am Anfang, wo es nur das Model S und das Model X gab. Und als dann das Model 3 so richtig in Fahrt kam, da hat Tesla nur noch in Anführungszeichen 1500 freie Supercharging-Kilometer den Kunden gegeben. Wohlgemerkt für jeden geworbenen Kunden. Wenn man diese Kilometer zum Beispiel erhalten hat, dann waren die in der Tesla-App in der sogenannten Lootbox zu finden. Das ist eine kleine Schatzkiste. Die findet ihr, wenn ihr auf euer Profil klickt und dann weiter runter scrollt. Kunden, die Ende Dezember ihren Tesla bekommen haben, die haben ja kurzfristig zum Beispiel dann auch noch mal 10.000 freie Supercharging-Kilometer bekommen. Die findet ihr genau in dieser Beutekiste. Als das Model 3 dann in größerer Masse verfügbar ist, da hat Tesla diese Referrals eingestellt. Das war Ende 2021 bei uns. Nur in den USA gab es weiterhin Möglichkeiten, Kunden zu werben, aber auch nicht für Autos, sondern nur noch für Photovoltaik-Systeme. Und hier ist Tesla auf ein neues System umgestiegen. Sie geben da jetzt keine freien Supercharging-Kilometer mehr, sondern es gibt ein Credit-System. Für jeden geworbenen Photovoltaik-Kunden bekommt man 6000 Credits von Tesla. Mit diesen Credits kann man im Tesla-Online-Shop einkaufen gehen. Und hier hat sich was getan. Denn Tesla hat diesem Creditsystem ein paar interessante neue Artikel hinzugefügt. Drive Tesla Canada berichtete dies diese Woche. Und zwar bekommt man wie gesagt 6000 Credits für jeden Photovoltaik-Kunden und man kann damit ab jetzt das FSD-Paket erwerben. Dafür braucht man richtig viele Credits, 240.000. Ihr müsst also 40 Referrals für ein Photovoltaik-Dach haben, um hier FSD zu bekommen. Aber ihr könnt es damit kaufen. Und das ist schon sehr interessant. Dann gibt es natürlich noch das Enhanced Autopilot Package. Auch das kann man sich jetzt über diese Credits kaufen. Dazu braucht man wohl genau die Hälfte, also 120.000 Credits oder 20 Referrals für Photovoltaik. Ja, und dann gibt es noch für Fahrzeuge, bei denen das verfügbar ist, den sogenannten Acceleration Boost zu kaufen. Für den braucht man 40.000 Credits oder 7 Referrals. Das ist also schon mal interessant, dass Tesla hier so hochpreisige Dinge wie das FSD-Paket mit in dieses Creditsystem aufnimmt. Und das könnte vielleicht sogar darauf hinweisen, dass Tesla in Zukunft hier vielleicht eben auch wieder für Fahrzeuge. Das ist natürlich an dieser Stelle reine Spekulation. Aber wer weiß, es könnte doch vielleicht ein Hinweis darauf sein. Interessanterweise gab es auch noch einen Tweet von Model Y Owners Europe. Schönen Gruß an dieser Stelle. Die schreiben, es gibt ein Tesla App Update und zwar die Version 4.17.0 für iOS. Und hier ist diese Beutekiste nicht mehr im Profil zu finden, sondern sie ist zurück auf dem Hauptbildschirm. Und sie spekulieren hier, bedeutet das vielleicht, dass Tesla bald ein neues Empfehlungsprogramm einführen wird at Elon Musk? Fragezeichen. Ja, und auch das ist interessant, dass hier die Beutekiste wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken scheint. Spannende Entwicklung an dieser Stelle. Im Moment ist dieses Creditsystem und die Möglichkeit, FSD über das Creditsystem zu bekommen, nur in den USA möglich. Sogar in Kanada gibt es das noch nicht. Kommen wir mal zu einem Software Update, das wohl ansteht. Wir haben ja seit dem Weihnachtsupdate nicht mehr so viel gehört. Das Weihnachtsupdate war ja eigentlich das letzte größere Update. Und hier gibt es eine Nachricht von NotATeslaApp.com. Die haben wohl entdeckt, dass es im nächsten Update ein neues Feature für die Lenkradheizung geben soll. Das ist jetzt natürlich nur eine Kleinigkeit, aber man wird wohl für die Lenkradheizung verschiedene Stufen einstellen können. Das geht dann nicht mehr einfach nur an und aus, sondern man kann hier eine Abstufung einstellen. Ein High, Low und Auto. Was ist Auto? Das steht für automatisch. Hier wird die Lenkradheizung sozusagen automatisch an die Innenraumtemperatur angepasst. Das Auto entscheidet dann, ob es das Lenkrad beheizt oder nicht. Das gibt es übrigens für die Sitzheizung bereits seit dem Weihnachtsupdate. Auch hier gibt es eine Autoeinstellung. Und das ist schon sehr intelligent gemacht, denn Tesla schaut hier einfach sich die Innentemperatur im Auto an und überlegt sich dann, ob sie die Sitzheizung anstellt und wie stark. Natürlich wird die Sitzheizung auch nur auf den Sitzen aktiviert, wo jemand sitzt. Und selbstverständlich kann man natürlich die Einstellung auch jederzeit selbst anpassen. Und auch wenn das nur eine kleine Änderung ist, ist das genau wieder sowas, was ich einfach liebe. Das Auto ist wieder ein Stück besser geworden und genau das ist das Schöne an Tesla und den Software-Updates, die man hier so regelmäßig bekommt. Reden wir mal über das Model Y. Das räumt ja einen Preis nach dem anderen ab. Wir haben ja hier schon oft genug auf dem Kanal auch über das Thema Sicherheit gesprochen. Tesla baut die sichersten Autos der Welt und das Model Y hat jetzt hier einen Preis mehr eingeheimst. Die englische Autokauf-Plattform whatcar.com, die geben im Rahmen ihres Car of the Year Awards 2023 auch einen Safety Award aus und den hat das Model Y gewonnen. Sie beziehen sich in ihrem Text aber nicht auf eigene Tests, sondern auf die Euro NCAP, die das Model Y ja bereits ausgezeichnet hat. Zitat, von mehr als 100 Modellen ist das Tesla Model Y das Fahrzeug mit der allerhöchsten Punktzahl, das von der Euro NCAP seit der Einführung der neuesten Prüfkriterien im Jahr 2020 getestet wurde. Es erreicht eine Gesamtpunktzahl von 364 von 400 Punkten und liegt damit mehr als 10 Punkte vor den anderen Spitzenmodellen wie dem Smart Number One und dem Mercedes EQE. Dazu gab es ein schönes Video von whatcar.com, in dem sie nochmal genau beschreiben, warum das Model Y so sicher ist. Und da gab es ein Zitat, das wollte ich euch nicht vorenthalten, da sagten sie, es gibt keinen sicheren Ort, eure Familie oder euer Geld im Jahr 2023 zu platzieren, als das Tesla Model Y. Whatcar.com hat übrigens auch noch einen Effizienz-Award ausgegeben, den bekam das Tesla Model 3. Wir bleiben beim Tesla Model Y und kommen zu einer der neuen spannenden Farben, die es aus der Gigafactory in Berlin-Brandenburg geben wird. Und zwar geht es hier um das Midnight Cherry Red. Und das wurde zum ersten Mal jetzt in Berlin gesichtet, beziehungsweise nicht gesichtet, sondern der Fahrer selbst hat darüber getwittert. Und es war niemand Geringeres als die Mama von Elon Musk höchstpersönlich. Die war mit einem brandneuen Berliner Midnight Cherry Red Model Y unterwegs und schrieb auf Twitter, vielen Dank an Tesla dafür, dass die elegante Eva, eine Tesla-Führungskraft, mich in der umwerfenden Farbe Midnight Cherry Red durch Berlin fahren durfte. Also sie ist nicht selber gefahren, sondern wurde chauffiert. Mein Name steht auf dem Screen, twitterte sie noch. Das Auto hieß selbstverständlich May. Ja, sehr schön zu sehen, dass Tesla hier die allerersten Fahrzeuge in dieser aufregenden neuen Farbe lackiert. Ich kann es kaum erwarten, die endlich in echt zu sehen. Bisher gab es ja nur die silbernen Fahrzeuge aus Berlin-Brandenburg. Und wir können da schon sehr gespannt sein. Wenn ihr übrigens heute in den Tesla-Konfigurator geht und diese Farbe auswählt, dann müsst ihr ein Long Range Model Y bestellen. Selbstverständlich. Das Standard Range wird ja noch nicht in Berlin gefertigt. Und dann habt ihr ein Lieferdatum, das angegeben wird mit Juni bis Juli. So lange dauert es also, wenn ihr heute bestellt, bis ihr dieses Fahrzeug in dieser tollen Farbe dann bei euch stehen habt. Ja, und wenn wir schon über Wartezeiten bei Tesla sprechen, Da gab es einen Reuters-Bericht, dass die in Deutschland wieder ein bisschen nach hinten raus von Tesla geschoben wurden. Reuters schrieb hier, dass die Lieferzeitangabe bei Tesla von bisher Januar bis März jetzt auf Februar bis April geschoben wurde. Ich konnte das ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Ich bin in den Konfigurator rein und ich sehe hier alle Fahrzeuge, egal in welcher Konfiguration, wenn wir von Model 3 und Model Y sprechen, immer mit Februar bis März angegeben. Den April konnte ich da nicht entdecken. Der Januar ist ja so gut wie rum, also hier keine große Überraschung. Ich weiß nicht genau, ob sich Reuters da getäuscht hat oder ob Tesla das vielleicht inzwischen sogar schon wieder angepasst hat. Nur der Vollständigkeit halber, wenn ihr ein Model S oder ein Model X bestellt, dann müsst ihr bis April oder auch Juni warten. Reuters berichtet natürlich darüber im Hinblick auf die Nachfrage nach diesen ganzen Preissenkungen bei Tesla. Ich finde das ehrlich gesagt nicht so spannend, denn natürlich wird sich das ein bisschen weiter nach hinten verschieben. Aber der große Elefant im Raum für mich ist eigentlich nicht, ob man jetzt das Auto im März oder erst im April bekommt, sondern die Tatsache, dass bei Tesla einfach Autos lieferbar sind. Wenn ihr ein Elektroauto haben wollt und ihr kauft keinen Tesla, dann könnt ihr ein Jahr warten oder zwei Jahre warten. Zum Teil geht es bis ins Jahr 2024 bei der Konkurrenz, die ja, wie regelmäßige Zuschauer des Kanals auch wissen, keine Konkurrenz ist. Allerdings, wer eben ein Elektroauto haben möchte, muss derzeit bei allen Herstellern sehr, sehr lange warten, außer bei Tesla. Hier kann man sofort sein Auto bekommen, denn es gibt Bestandsfahrzeuge und es gibt eben die Möglichkeit, innerhalb von nur ein, zwei, drei Monaten hier ein brandneues Fahrzeug zu bekommen. Auch das ist tatsächlich revolutionär, denn kein anderer Autohersteller bekommt das derzeit hin. Und ich denke, das ist für viele auch wirklich ein Kaufargument, die einfach keinen Bock mehr haben, auf ihren ID.4 zu warten. Vor allem natürlich auch nochmal im Hinblick auf diese Preissenkungen bei Tesla. Es gibt da aber auch vielleicht noch andere Gründe, die dazu führen könnten, von einem Kauf bei anderen Herstellern zurückzutreten. Zum Beispiel gab es die Meldung vor ein oder zwei Wochen, dass es bei Audi und bei VW gerade ganz schlecht ausschaut, was Wärmepumpen angeht. Die beiden Hersteller machen die Chipkrise dafür verantwortlich und sagen, ja, wir bekommen einfach die Chips dafür nicht her. Deswegen gibt es keine Wärmepumpen mehr in den Autos und nachdem das als Option obendrauf verkauft wurde, lassen die die dann einfach weg. Der Kunde bekommt daher dann auch keine Entschädigung, weil es ja nur eine Option war. Die wird ihm einfach nicht in Rechnung gestellt und er bekommt dann sein Auto ohne Wärmepumpe. Das möchte man eigentlich bei einem Elektroauto nicht haben. Vor allem nicht in Deutschland, wo es ja im Winter doch kalt wird. Und ganz rein zufällig hat Tesla zu diesem Thema ein Video veröffentlicht auf dem Twitter-Account von Tesla. Hier geht es um die Wärmepumpe bei Tesla, die was ganz Besonderes ist. Ich kann euch nur empfehlen, das euch mal anzuschauen, denn die Wärmepumpe bei Tesla, das ist eine komplette Eigenentwicklung und da sind ganz tolle Dinge drin, wie zum Beispiel das sogenannte Super Manifold oder das Octa-Walve. Super Innovationen von Tesla, die die Wärmepumpe eben besonders effizient machen. Zitat aus dem Video. Je nach Bedingungen verbrauchen sie dann vier bis fünf Mal weniger Energie zum Heizen und wenn man dann mehr Gepäck und mehr Sachen mitnehmen kann und trotzdem sein Ziel erreicht und dann 15 bis 20 Prozent weniger Energie verbraucht hat, dann hat das eine riesige Bedeutung. Und das fasst es ganz gut zusammen, glaube ich. Tolles Video von Tesla hier. Schaut es euch gerne mal an. Ich verlinke das unten in der Beschreibung. Kommen wir noch kurz zu einer Nachricht aus Grünheide. Den Bericht habe ich bei Reuters.com gesehen. Die schrieben hier über ein Meeting zwischen dem Wirtschaftsminister von Brandenburg, Jörg Steinbach, und der IG Metall. Da ging es um die industriellen Perspektiven in Ostdeutschland. Und da hat Jörg Steinbach wohl gesagt, dass Tesla im Moment wöchentlich 200 bis 300 neue Mitarbeiter in Berlin-Brandenburg einstelle. Zitat, während andere Unternehmen in der Region Schwierigkeiten hätten, Talente zu finden, fügte der Minister hinzu. Das also ein Update aus Berlin. Als ich bei der Eröffnung im März 2022 mit dabei war, da waren es noch 7000 Personen. Damals habe ich auch ein Video gemacht. Das blende ich euch hier oben gerade nochmal ein. Okay, ja, damit kommen wir zum Schluss. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Dann lasst mir doch einen Daumen nach oben und auch ein Abo da. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht das ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Wenn ihr Tesla-Zubehör braucht und den Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop4Tesla vorbei. Link gibt es unten in der Beschreibung. Mit dem Code TeslaWelt bekommt ihr 10% Rabatt auf die Produkte. Und natürlich wurde diese Sendung auch nach wie vor freundlicherweise von dem Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Das Podcast-Mastering kommt wie immer vom Daniel.